Das Beste kommt ja sprichwörtlich zum Schluss. Und beim DAX steht tatsächlich die stärkste Phase des Jahres noch bevor. Wann diese Phase startet, wie lange sie geht und wie Sie das als Anleger für sich nutzen können, darum geht es jetzt. An dem, was ich Ihnen heute erzähle, hängt mal wieder eine Strategie. Und es ist eine meiner Lieblingsstrategien. Wenn Sie von A bis Z sich mal durchlesen wollen, wie immer kostenlos, in dem Fall unter weihnachtstrade.de. Ja, wenn man auf den DAX aktuell blickt, dann könnten einen schon relative Depressionen heimsuchen. Denn wir sind mit dem DAX wieder auf das Niveau vom März, April zurückgefallen. Heißt also, acht Monate Geldanlage im DAX für Essig. Und dann kann man sich schon die Frage stellen, was man denn jetzt dann noch von einem Monat Dezember überhaupt noch erwarten kann. Wenn man sich jetzt aber mal die historische Perspektive vornimmt, dann muss man sagen, ziemlich viel. Und ich habe Ihnen zum Einstieg hier mal den DAX mitgebracht und seine Performance je nach Kalendermonat. Das ist jetzt also erstmal eine rein historische Betrachtung. Und diese Betrachtung, die legt nahe, dass die Wintermonate und insbesondere auch der Dezember und der Januar ziemlich gut sind. A, in gelb sehen Sie es von der Performance-Erwartung her. Und dann B, auch von sozusagen der Verlässlichkeit, mit der das eintritt. Also unten die Wahrscheinlichkeit, mit der der Monat positiv endet. So, das ist jetzt das eine. Da könnte man jetzt natürlich sagen, der November sollte ja eigentlich auch ganz gut sein. Aber dann kam hier Omikron und hat das Ganze in den Wind geschossen. Das kann natürlich auch jederzeit passieren. Das ist natürlich erstmal nur eine Statistik. Man kann jetzt aber noch ein bisschen tiefer reingehen und sagen, innerhalb dieser Monate gibt es denn da noch Auffälligkeiten. Die gibt es auch. Und zwar so, dass sie von Mitte Dezember bis ungefähr Anfang Mitte Januar haben wir statistisch gesehen die stärkste Phase des DAX im ganzen Jahr. Und auch noch eine relativ oder eine ziemlich zuverlässig starke. Und wir hatten ja vor einigen Wochen an der Stelle den Herbst-Trade. Den haben wir gestartet inmitten von einer Börsenphase, die war jetzt nicht so wirklich toll. War eher so trüb und sie ist fantastisch geendet. Weil es oft gut ist, wenn man sozusagen aus der Trübsal heraus in den Markt einsteigt. Und ganz ähnlich sieht die Lage eigentlich aktuell raus. Wir sind doch ordentlich runtergekommen, haben jetzt nicht so wirklich eine Euphorie-Stimmung. Das ist ein sehr guter Boden, auf dem in diesem Jahr sozusagen ein richtig guter Jahresabschluss noch drin sein könnte. Und wenn man das jetzt mal ganz hart runterbricht auf die Historie, dann ist die Zeit vom 15. Dezember bis zum 9. Januar ist statistisch die stärkste Phase im DAX gewesen. Wenn man danach nur angelegt hätte, dann wäre man im DAX auf eine Rendite von 2,63 Prozent gekommen. Das ist meilenweit über den, was man jetzt in vergleichbaren Zeiträumen sonst erreicht hätte. Und das Ganze auch noch mit einer ziemlich hohen Trefferwahrscheinlichkeit für die Statistiker unter Ihnen. Auch einem hohen Profitfaktor, also einem sehr guten Chancen-Risiko-Verhältnis. Das kann man jetzt sogar noch ein bisschen besser gestalten, indem man diese doch starren und damit wahrscheinlich überoptimierten Termine ein bisschen flexibilisiert. Dann kann man gleichzeitig noch was anderes mit einfließen lassen. Dann kann man das vielleicht sogar erhöhen. Das ist dann sozusagen meine Strategie. Und dann ist die Frage jetzt, wie kann man denn sowas dann für sich nutzen? Weil, kann man sagen, gut, dann bleibe ich halt investiert von Mitte Dezember bis Mitte Januar. Und dann habe ich zwischen zwei und drei Prozent. Das ist zwar nett, aber wenn ich jetzt Transaktionskosten damit rausnehme, lohnt sich das denn? Und an der Stelle ist es dann tatsächlich so, dass man daraus eine eigene Strategie machen kann, bei der man dann aufgrund der sehr guten Eigenschaften dieser Phase auch mal den Hebel ansetzt. Warum? Weil Hebel hoch heißt, die Chancen steigen ordentlich, die Risiken natürlich auch. Die Risiken fängt man ab, a, über die besonders guten Ausgangsbedingungen und b, muss man dann natürlich ein bisschen Risiko und Money Management mit einfließen lassen. Und dann ist die Phase aber in dem Sinne sehr stark, weil ich habe Ihnen jetzt mal die Kapitalkurve von der Strategie mitgebracht, eben weil sie so wenige und wenn dann nicht so starke Rücksätze mit drin hat. Das heißt, man kann hier sozusagen in diesem Fall Chancen und Risiken nach oben setzen, weil die Phase besonders gut ist. Und ich meine, von so einer Kurve, da wünscht man sich ja immer, dass die sozusagen gleichmäßig von links unten nach rechts oben geht. Das heißt nicht, dass es hier auch nicht zu Risiken käme. Also manchmal, wenn man jetzt in dieser Phase hier drin ist und nimmt diesen Rücksetzer mit, dann fühlt sich das nicht so einfach an, wie wenn man es jetzt sozusagen hier in einem 60-jährigen Zeitraum so erstmal annehmen würde. Aber sowas ist das, was einen an der Börse wirklich nach vorne bringen kann. Also die Phase 15. Dezember bis 9. Januar können Sie sich mal vormerken. Wenn Sie es noch genauer haben wollen, dann laden Sie sich den Report. Ich bringe Sie auch von A bis Z, vom Einstieg bis zum Ausstieg in diesem Jahr durch die Strategie. Und dann schauen wir mal, was in diesem Jahr der Weihnachtsmann an der Börse für uns parat hält. Die Die